Nein, haben wir ihn nicht. Haben wir nicht? Boah, schon. Doch, haben wir ihn. Warum ist das so gesund? Ja, warum zoomt ihr sie gerade so pückel? Weil du gegen der Wand stehst, wahrscheinlich. Hm, schön. Oh, das Licht. Was? Kontaktstrahlung. Klingt schon mal interessant. Regelt. Das ist wieder bloß so'n komischer Plan. Ja, ne? So nicht. Doch, Flammenwerfer haben schon was. Hm. Hast du wieder drauf? Oh, gel works. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Freigeschaltet. Gibt es zwei Wege? Ne, doch nicht. Okay. Da, das klasse ich im Moment. Das ist ja. Ah, Kauzzeh Was ist das? äh nein hm den hat es aber schön in die Reling geschoben hm oh ein Silo ja wahrscheinlich Audio Lock hatten auch lange nicht mehr ich will sie alle auch noch die letzte Kugel private tut mir leid General Mahat Sir aber ohne die Schlüsselkarte wie heißen sie mein Junge ähm Kaufmann Sir P-Private Tim Kaufmann Sir mögen sie Kartoffeln Tim? ja Sir schätze schätze schon gut denn wenn sie die verfluchte Schlüsselkarte nicht finden und diese Munition nicht bis Sonnenuntergang in einen Zug geladen haben werden sie für den Rest ihrer erbärmlichen militärischen Laufbahn gottverdammte Kartoffeln schälen wow das ist ein Arsch hm ähm weiter ah ne Schlüsselkarte fehlt ok ja die Karte haben wir nicht ah da hätte man die irgendwo finden können ach was soll's was ist denn so wichtiges im Zugdepot Waffen und wenn er sie vor uns findet dann wird niemand wieder geboren da oben ich seh ihn er ist auf dem Steg wackel die uns ist noch ein anderes Pass auf Pass auf Pass auf ja lass dich doch mal selbst erleben Kino 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 doch bei uns auch zu den hat schön mitgerissen Kino 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 die ach ja die Goal die Goal die Schlüsselkarte die gute Nachricht ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager super lassen sie sich nicht umbringen bevor sie sie nutzen können danke Cover wieder nach oben da der Befehl des Generals wurde ausgesetzt da da die dass ist ja Mai ha nein das vergessen sie es laden sie einfach alles in den zur Wir haben gut ist zußen und schlauung doch nicht enttäuschend Oh, wieder zu. Na, komm, nicht hoch. Drück E. Ja, oh Riss, da an der Wand. Ja, ne, warum auch nicht? Äh, da habe ich die Schüsselkarte. Oh, war das eine Kuh? Ja, das war eine Kuh. Ah, ich hasse ihn. Ich hasse eigentlich jedes Monster in dem Kackspiel. Na, die Blume sind doch schön. Ja, aber auch nur, wenn man ihre Hintern kriegt. Ja, ja, die Geschichte mit dem Hintern. Weh. Ja, 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 ja. Mainz, Bremen, Essen, Osnabrück. Wir sind. Du hackst gerade. Yes. Also hacken, ne? Trotzschlüsse machen. Der ist ausgetrocknet, der Leifensack. Was denn? Hier sind so viele Türen auf. Ja, das ist der Startraum, mein ich. Ne, hier waren wir schon. Ne. Weiß ich nicht. Haben wir schon? Ja, hier waren wir schon. Die Schreinchen sind geöffnet. Ja. Da liegt noch eine Halbleite rum. Nein, sagen wir. Gut. Elevator Hall, da kommen die alle her. Bleibt also die... Die Unitionskontrolle, ich hatte Ammunition, ach was soll's. Oder doch nicht, ich weiß, keine Ahnung. Hack-Typ. Ich bin verwirrt. Ebenso. Ich geh mal hier rein. Husten. Ich binozig. Husten. Oh ah man kann die spikes aufheben ja auch ich kann nicht mal auf die schießen hin voll schon wieder wow doch irgendjemand noch so ein munitionsgriff was meinst du auch voll tausend midi packs willst du midi packs nein ich hab meinen auch auf den boden gelegt schön ordentlich in einer reihe wie kann man nur das optionsmenü auf escape legen dass das passiert weiß nicht ist es doch logisch oder nicht als hebe ich sie alle wieder auf ja genies gleich zum aus ich bin sicher dass wir hier richtig sind ich weiß es nicht aber da kam gerade ein monster raus also ich denke schon außerdem ist der aufzug noch ganz also war mir definitiv noch nicht das stimmt energiestörung ok wir haben wo kann man denn hier kurz schließen ja oder wir nehmen auf die karte ja genau schmeißen das er hat er hat er auch wenn er dann zufällig zu werfen die ersten meint ich mache dazu das ist wenn du weg gehst ja wenn du weg gehst in dem Fall hei hei ähm wo sind wir Fuh Spiel Fuh äh ich hasse dieses Spiel wie ich böse k Shotgun-Schüsse in die Fresse gegeben, und die sind das für mich. So, um. Ja. Geht's dir gut? Ja. Schön. Oh. Das sind meine Alten gewesen. Ja gut, war jetzt doch nicht ganz so lang. Ja doch. Ja. 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 So, zur L-E-A-D-Hower. So, und diesmal koordiniert. So, hier lag noch nichts, okay. So, hier lag noch nicht. So, das Ganze war das Winger tödlich. Mhm. Noch im Aufzug. Ja. Ja. Ja! Für euch... Ist das... Still! Schaut die Waffen erreicht! Stellung halten! Na, halt dich mal was zurück! So, ich kann's mir jetzt gleich gegenüber die Spitzen. Wildes einfach nur passiert. Ja doch, doch! Ja wundervar! Untertitelung des ZDF, 2020 Der dreht sich schön. Wiesst du das auch? Ist das durchgegangen, ist das kaputt. Und das lag hier eben auch schon. Eure Bahn, ja. Da ist voll. Hier ist doch mal eigentlich ne Bank gewesen eben. Da versuch ich mich da. Was ist das? Machst du doch. Ich gar nichts. Ich lauf durch die Gegend. Du schmackst ganz viel wie die Packs raus. Ja echt. Die kommt zerpissig. Och. Ich fahre eigentlich, wo man ein paar mit Medipacks töten kann. Wäre auch mal eine interessante Methode. Hm. Hi. Ich wollte noch ein Medipack reinstecken. Kabine. Ich schwarze doch. Oh. Das Fenster braucht mal V-Sync. Hab ich so den Eindruck. Was? Das Fenster braucht V-Sync. Da war grad so ein... Asynchroner Streifen, der da hochgelaufen ist. Das ist Absicht. Ich glaube nicht. Ja. Äh Mensch, da. Knusper. Schmeckt's? Hm. Ich bin's nicht gemeint, dass wir so spät noch aufnehmen. Wieso so spät? Es ist halb zwei. Hm. Ja gut, dann mach mal Schluss, oder? Hätte ich eh gesagt, ja. Ja. Also bis zum nächsten Mal mit hoffentlich etwas weniger nervigen Nebenmissionen. Jo. Deri.